Boah, in Slow-Mo sieht das so geil aus. Warm, Junge. Ich hab kein Gefühl, dass es eine gute Kombi ist. Back and up nice and steady. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video zur Chaos-Mod. Wir haben das Boot quasi nicht retten können, aber das Cabrio reparieren können. Und wir haben es noch nicht nach Hause geschafft. Mein PC ist abgeschmiert. Ich muss jetzt bis hier nochmal spielen. Und wir aktivieren hier die Chaos-Mod. Leute, schaut gerne im Stream vorbei. Da könnt ihr mitvoten und mich aufhalten. Und einfach gegen mich. Gegen mich ja gehen, aber am liebsten fühlen mich. Ja, ich will ja auch irgendwie weiterkommen. Okay, ich hab ein bisschen leiser gemacht. Das müsste jetzt nicht mehr ganz so laut sein. Boss-Field ist echt geil. Damit kommen wir super easy voran. Alle aus dem Weg jetzt hier. Ich will jetzt hier vorbei. Boah, in Slow-Mo sieht das so geil aus. Warm, Junge. Aus dem Weg, ihr Geringverdiener. Aus dem Weg, ihr Geringverdiener. Nein! Pulled Acceleration. Nein, 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 nein. Nein! Shit, 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 shit. Ey, man kann nicht lenken. Man wird schleunigst einfach full. Oh, oh. Oh. Wir schaffen es, wir schaffen es. Easy. Ich habe No-Plug-Up-Extendo. Ich pulle ab in dem Lambo. Die Lackfarbe ist Mango. Okay, wir machen die Mission mit Tonia. Oh. Jo. Oh. Oh. Ich dachte wirklich, ich überlebe. Uh. Ist das der gleiche Super-Jump, den man als Cheats anmachen kann? Nee, der mit den Cheats ist höher, oder? Au. Weg mit dir. Wie teilweise. Nein. Ey, dem geht es gar nicht gut. Au. Scheiße. Oh. Ey. Oh, davon kriege ich for real Kopfschmerzen. Okay, dann schleppen wir mal jemanden ab. Das kann nur schlecht werden. Es kann nur in die Hose gehen. Fahr mich nicht noch an. Steh auf. Er liegt auch ein bisschen zu lange. Also ein bisschen zu dramatisch lange. Äh. Äh. On your mama. Ey. Er hat nur einen Platten, der sich zerstört. Steig doch bitte wieder aus, Franklin. Ey, was passiert hier? Warum liegt das Auto auf dem anderen? Ist mein Game gecrasht? Ach, mein Game ist gecrashed. All right. Leute, willkommen zurück. Whatever you say, Goro. Come on. Nee. Ey, Leute. Oh nein. Was tickt hier? Oh, gang, sugar. Cool, rechts Kurve. Nein, rechts. Wie weit weg. Okay, wer klaut da mein Wagen? Check doch rein. Es geht nicht. Ich drücke F. Benutzt jemand dieses auf Ziel fokussieren Sachen und sowas. Hey, yo, Tyno. What the fuck happened to you? Hey, buddy. Go. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey. Man könnte denken, ich mache ein Speedrun. Das ist jetzt. I remember you, before you was the one of the sevens. Ähm. Alles okay. Pack mich nicht ab, Bus. Pack mich nicht ab. Fahr einfach weg. Warum sitzt Tonja in dem Bus? Komm raus, da. Kehre zurück zu Tonja. Die soll zu mir zurückkommen. Ich sitze doch im Abschlepper. Dann machen wir das ohne Tonja. Mir scheißegal. Ich liefere das Auto ab. Random Gravity. Nein. Nein. Nein, 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 nein. 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 Nein, mein Auto. Nein. Mein Auto. Nein. Nein. Wo ist Tonja? Die fliegt da auch irgendwie auf der Karte rum. Mann. Komm mit Tonja. Kannst du die abschleppen? So, Tonja mitkommen. Geil. Geil. Was ist passiert? Wo sind wir? Ich weiß noch, als wir das damals gezockt haben. Diese Mission hat ewig gedauert. Weil dieses, was du ein Auto hinten dran hast, was nicht kaputt gehen soll, ist unmöglich, wenn man euch im Chat hat. Becken up nice and steady. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich ja noch nie gesehen. So, Tonja. Let's make this quick. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Truck schon kaputt ist, bevor wir da ankommen. Ich habe wirklich das Gefühl, der Truck ist komplett broke, bevor wir ihn abschleppen können. Er schrumpft. Der Truck schrumpft. Green Traffic. Okay, damit komme ich klar. Mein Abschlepper zieht ein bisschen nach rechts. Oh, es ist nicht weiter schlimm. Oh. Okay, mein Auto lebt noch. Auf der Karte jedenfalls. Es ist wahrscheinlich das da oben. Hi, Baby. Back it up nice and steady. Full Bright. Warum sieht das dunkel aus? Hä? Warum ist Full Bright einfach dunkel? Okay, ich habe es fertig. Done. Done. Komm, bitte. Gib mir das Pass. Ja. Ja. Ey, einmal irgendwo gegen. Ich fliege aus der Scheibe raus. Ja. Ja. Oder so. Oder einfach so. Dann fliege ich so raus. Sie ballert sich selber weg. Oder sie ballert irgendwelche Randoms da rum. What the fuck? Boah, wie laut. Jetzt. Oh no. Oh no. Oh no. Ja, we flyin'. Ich kann halt nichts machen, ne? Okay, es ist zu Ende. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass sich so wirklich auf der PS3 das angefühlt hat. Hat sich das so auf der PS3 for real angefühlt? Hat sich? Echt? Ich erinnere das nicht mehr. Das habe ich wirklich voll verdrängt. Türen öffnen sich. Cinematic Video Camera, das wird jetzt ja absolut stressig. Oh, 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 oh. Ey, wenn ich damit fahren dürfte. Junge, was sind Spritexti? Überhaupt nicht mitbekommen, weil der so clean war. Was ist denn da? Hä, liegt er nicht hier? Wir haben ihn doch. Easy. Ey. Wow. Dave, ganz ruhig. Die Late Camera. Ey, ich hab ihn doch. Oh. Easy. So krieg ich ihn doch. Easy. Ups, doch nicht. Ich bin schneller als du. Ist ja easy. Easy. So eine Scheiße, dass wir ihn verpasst haben. Das ist alleine. Ich kann nichts rücken. Ach, Franklin ist, glaube ich, auch gerade im No-Clip. Hab dich. Nein, das ist zu Ende. Was mach ich denn jetzt? Mach ich jetzt? Könnt ihr mich raus teleportieren irgendwie? Der kleine Tool möchte gerne aus dem Güterwegen abgeholt werden. Der kleine Tool, bitte. Ist echt so. Mission fehlgeschlagen. Bouncy Player. Okay, wir müssen es machen, oder? Das ist einfach zu witzig. Das ist einfach zu witzig. Ich habe kein Gefühl, dass es eine gute Kombi ist. Ich wechsle einfach zu Chop. Okay. Wann, das ist einfach nur... Was? Was passiert? Warum bin ich mit dem Auto hier drin? Hä? Äh? Nee. Dadurch ist... Er hatte so viel Leben, als ob er dadurch gestorben ist. Ab zu Lamars Haus. Was ist hier in der Luft? Okay, wir speichern. Und dann müssen wir einmal neu laden. Wegen, äh... Den Props, weil die gehen da nicht weg. Ich use auf einmal ein paar englische... Englisch-Words. Boah, geil. Gleich immer das gleich... Äh, zweimal dann immer das... Der gleiche Effekt. Okay, home. What happened? Guy bounced my wife's way. Kann man ihn hier überhaupt einholen? Nee, ne? Der Tor... Oba leid. Ich meine, Helicopter-Homies ist ganz witzig, aber die spawnen alle auf einem drauf. Ich hätte nochmal gerne die... Die, äh... Vehikel-Upgrades. Halt, ob er gestorben ist durch Floors Lava. Äh... Ich hatte ein bisschen zu viel Momentum. Das ist erstaunlich gut ausgegangen. Nicht schlecht. Oh. Oh. Junge, wir gehen anschießen. Was sollen wir dagegen machen? Okay. Okay. Anderes Auto. Er fährt auf dem Jetski, an dem Flugzeug. So weit, alles normal. Warte mal, das war doch unser, äh, Player. Er... Er sitzt... Er sitzt einfach auf dem Jetski. Nein. Das Problem ist, wenn das an ist, das ist im Vio Dia zu hören. Und dann... Kann ich den... Er hat mich direkt in den scheiß Pool navigiert. Er hat mich direkt in den Pool. Direkt in den Pool. Teleportiert. Hey, you got the wrong idea, pal! Whoa! Fuck! Ähm... Das Auto ist abgeschlossen. Äh... Das Auto ist abgeschlossen. Ich komm nicht in das Auto rein. Der hat was mit seinem Auto. Ey, was für ein Auto mit seiner Butze. Das Paket. Okay. Das ist nicht ideal. Äh... Äh... Michael, ich glaub, wir sind hier falsch. Nur so ne Vermutung, aber ich glaub, wir sind hier falsch. Äh... Der Officer wird angegriffen. Ah, ich auch. Okay, äh... Wir müssen irgendwie aus dem FIB-Gebäude raus. Okay. Ja, so hat sich das auch erledigt. Hey! Äh... Danke! Ey, das ist das erste Mal, dass ihr mir gefüllt helft. Chillig, Leute. Ich bin lange kein Edda gefahren. Ich glaube, wir haben ihn verloren. Oh, neee! Gibt's immer nur einen Effekt? Ne. Manche Effekte dauern länger als andere und deswegen... Äh... Kann's mehrere geben. Sechs ist die maximale Anzahl. Ne, ich hab, glaub ich, acht eingestellt. Äh, Tracy, geht's dir nicht gut? Lul. Ich hab, äh... Ne Atomizer bekommen. Durch sie. Seine Tochter liegt da ein. What that? Juckt ihn überhaupt nicht. Was macht Franklin? You know who I am? You know who I am!